Was ist die Strategie? Die klare, individuell auf ihre Bedürfnisse massgeschneiderte Vorsorgestrategie. Aber viele Leute machen da bereits den ersten Fehler. Sie wechseln ihre Strategie. Was viele dabei vergessen ist, jeder Wechsel der Vorsorgestrategie kostet Geld. Darauf gibt es eigentlich zwei ganz klare und auch einfache Regeln. Die erste Regel lautet, die Altersvorsorge ist ein Marathon und kein Sprint. Ja und was heisst das für unsere Kunden? Sie müssen sich im Klaren sein, dass bei ihrer Vorsorge nicht kurzfristig, sondern langfristig gedacht werden muss. Schauen wir uns das Beispiel Aktienkurse an. Aktienkurse schwanken, täglich, mal hoch, mal runter, manchmal sogar beträchtlich. Aber wenn die Kurse steigen, freuen wir uns. Und wenn die Kurse fallen, werden wir nervös und geraten schnell mal in Panik. Aber genau hier müssen wir aufpassen. Wer bei seiner Vorsorgestrategie auf einen langfristigen Anlagehorizont geachtet hat, der lässt sich durch kurzfristige Einflüsse nicht aus der Ruhe bringen. Die zweite Regel ist, damit unsere Kunden das Ziel erreichen, müssen sie gut vorbereitet sein. Ein Spitzenmarathonläufer hat einen guten Trainer. Und genauso ist es auch in der Altersvorsorge. Unsere Kunden brauchen einen guten Berater, einen Profi, der sich auskennt. Denn nur ein guter Berater nimmt sich Zeit, um nach der bestmöglichen Vorsorgerstrategie zu suchen. Und was heisst das genau? In unserer Beratung klären wir gemeinsam mit unseren Kunden genau ab, wie viel Risiko sie einzugehen bereit sind. Und das ist entscheidend. Handelt es sich dabei um einen vorsichtigen Anlegertyp, der lieber weniger bis vielleicht gar kein Risiko eingehen möchte, dafür aber auch mit etwas weniger Rendite leben kann. Oder handelt es sich etwa um eine Person, die mehr Risiko eingehen möchte und dafür auch höhere Renditechancen erwartet. Und wenn wir all dies geklärt haben, finden wir für unsere Kunden die genau richtige Vorsorgerstrategie. Denn die BALUAS vereint Versicherung, Bank und Asset Management. Und dadurch können wir unseren Kunden eine umfassende Beratung zum Thema Vorsorgerstrategie anbieten. Maker BALUAS Untertitelung des ZDF, 2020